Ja und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Scribble.io. Heute wieder mit unserer bezaubernden Judith und den Philipp. Moin moin. Und meiner. Hallo. Oh, egal, nicht? So ein bisschen. Also so halbwegs, was halt jetzt noch gerade so geistlich da ist. Um diese Uhrzeit. Ach, meine Güte. Judith ist dran. Ach, hör auf. Jetzt wird mir schlecht. Fertig. Was? Ach so. Leibe. Kennt ihr eigentlich die Definition von Liebe? Nee, nur von Wahnsinn. Also von Liebe ist leider immer eine bittere Enttäuschung. Enttäuschung. Hast du gerade nach hinten geguckt? Nein, hab ich nicht. Okay, gut. Wie geht ihr, wenn ihr was unterstellt? Nein. Oh, noch mal lieber? Nein. Oh, noch mal rot. Muss das rot sein? Nee, das kann auch anders sein. Das ist Japan. Nein. Nur ein bisschen schief. Vielleicht nach einem Erdbeben oder so. Ähm, 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 ähm. Ja, fertig. Das Judith ist jetzt. Ja, natürlich. Hallo, Lutscher kennt doch jeder. Also, fast jeder. Ähm. Ähm. Guck mal. Das ist jetzt nun wirklich ganz, ganz einfach. Noch ein Lutscher? Ja. Also, oh Gott, hätte ich jetzt nicht sagen sollen mit Ja, ne? Ähm, ich mach mal hier wieder meinen Move, ne? So. Ähm. Ja, stimmt. Jetzt ist ein Lutscher. Aha. Ja, deswegen. Ich hätte es nicht sagen sollen, ne? Ähm. Genau. Guckt mal. Da so. Und so im Allgemeinen. Vielleicht hüpft es noch. Ja, okay. Also, das da ist ein Zustand. Tanzen. Fräulein Judith. Ja. So abgelenkt heute. Ja, okay. Lächerlich? Ich hab das aber erraten. Ja, ja, schon. Aber trotzdem. Ich weiß ja nicht. Lächeln, lächerlich. Tanzen. Glücklich. Ja. Ja, das kenn ich nicht. Ach so, ja. Ach so. Okay, ja. Ja, gut. Dann guck dir mal Judith an. Oh. Siehste? Ähm. Moment. Oh Gott. Das ist doch nicht glücklich. Das ist doch. Das ist so falsch. Meinst du, dass es jetzt aufgesetzt ist, ja? Ja. Ich muss wieder lächeln, damit zu denken, dass ich, ich, ich freu mich auf die. Oh. Was? Warum nicht? Ähm. Das hätte es sein müssen. Was anderes kenne ich nicht, ne? Echt? Gott, es sieht aus wie was zu essen. Schon genug mein Magen. Ja. Manu. Okay, dann mach ich das auch. Ähm. Ich wusste es. Jetzt. Ist das eine Geheimsprache oder so? Hm. Ich sag nur, ich hab Hunger. Und Judith ist gemein. Ist das ein Aschenbecher, oder? Mhm. Ja. Ein Aschenbecher. Nein. Deswegen hab ich auch so viel Hunger. Also, da kann man hier ne Wurst drauflegen. Ne Wurst. Ach, ein Grill, ist das ein, äh, ein Grillwurst? Ne. Ein Grillwurst, genau. Müllin. Ach, Frau. Sieht komisch aus, stimmt. Ein bisschen. Ein bisschen. Oh, Mann. Ähm. Okay, dann machen wir mal so. Ach, junge Frau. Ach ja. So, was ist das denn? Etwas blaues. Was sollst du herraten? So, können wir so machen. Dann machen wir... Muss das blau sein? Ja, das kann auch manchmal andere Farben haben. Manchmal. Ja. Manchmal. Aber nur manchmal. Genau. So, machen wir mal. Nehmen wir das mal so. Nehmen wir dicker. Nehmen wir dicker. Weil... Halbe? Ne. Ach, ähm. Ähm. Knaller plus. Ne, ne, ne. Ähm. Ähm. Sehr schön. Mhm. Uh, das ist aber... Ja. Was ist das? Na, guck mal. Ping. Noch nicht. Das sind zwei Kabel. Was? Zwei elektrische Kabel sind das. Ach so. Ah, okay, ja. Womit Yuppie gerne rumkummelt. Positiv und negativ, ne? Und dann? Knall? Ne. Hm? 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 Ach so, ja. Hab ich schon mal gesehen. Genau. Ist das, wenn hier die ganzen Sicherungen rausfliegen und so? Zum Beispiel auch, ja. Ähm. Mal schauen, ob ich das so hinkriege. Oh, guck mir geht. Ist eigentlich relativ einfach, Judith. So beschissen gemalt. Ja, toll, wie soll ich denn das erraten? Was? Echt? Was ist das denn? Ich, ähm, ich mach das jetzt mal, äh, durchsichtig, ne? Eigentlich ist es ja so ein Porzellan-Ding. Durchsichtig. Ja. Aber damit man auch sieht, was da drin ist. Ach so. Ja. Ist ja sonst ne Tasse. So, und dann könnt ihr hier in Grau jetzt natürlich, aber hier ist so ein bisschen Sahne drauf. Das geht gar nicht. Ja. Ach so. Hmhm. Hm. Das ist nicht, schauen wir. Hm, nee, also Sahne eher. Da könnte man, ach warte mal, da könnte, stimmt, da könnte man noch so ein paar Schokosträuselchen drauf. Ähm, ja. Das ist jetzt, das du nicht verlesen hast. Nein. Ich kann's sagen. Ist das Kaffee? Lotte Macchiato? Hm. Also, wir sind uns schon mal einig, was es ist. Heißgetränk. Mhm. Und jetzt ist nur noch die Frage, was ist das Braune? Und ich meine, wenn hier schon Schokosträusel sind, oder so Schokokrümelchen, und mit Sahne. Manche machen, ich weiß gar nicht, macht man da auch noch so, äh, so, so, hier diese, hier diese kleinen Marshmallow-Dinger rauf manchmal? Ist das hier eine Wiener-Mail-Orsch, oder sowas? Nee, 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 ganz einfach, ganz einfach. Nee, ganz einfach. Eine heiße Schokolade. Oh. Kenn ich nicht. Okay, jemanden, ich genauso wenig wie Lüge. Genau. Oder, nee, glücklich war das. Glücklich, ja. Äh. Äh, ist das so? Und glücklich würdest du bei Judith ganz schnell sehen, wenn jetzt vor ihr eine heiße Schokolade stehen würde. Hm, hat die kräftigen Werbung? Ja, würde ich sagen. Ach ja. Die Frau ist heute sehr beschäftigt. Ja. Was ist denn da los? Ich verliere. Ja, frag dich mal, warum. Vielleicht liegt's daran, weil du so abgelenkt bist. Ja, sorry. Was ist denn das? Aber erst mal bei so Kreuz. Ist das ein Pfeil? Ja. Darum geht's. Das ist der Verschiebemaus-Pfeil. Ja, Zeiger. Na gut, ich brauche euch mal einen kleinen Tipp. Ja, bitte. Scheißmaus. Ähm. Ähm. Ähm, Moment. Ähm. Hä? Ja. Rot müsste dann aber nach Norden sein, ne? Äh, nee, es geht ja um... So. Ähm. So, mhm. Äh? Nee, ist aber zu lang. Ja, ja, ja. Hä? Wenn man etwas nicht genau im Westen liegt, sondern so in Richtung... Nord-West? Wie sagt man denn dann? Nord-Nord-West? Judith, ich glaube, auf deinem Handy wird's auch nicht stehen. Ähm. 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 Ich weiß nicht. Und dann merkt man, dass du das verlierst. Wenn im Westen eine große Milka-Fabrik steht, dann ist sie in welche Richtung? Westen. Ja, und wenn sie... Wie sagt man noch dazu? Sie ist, äh, äh... Sie ist... Weit im Westen? Ja, einer hat dafür. Weit weg. Westlich. Westlich, achso, westlich. Spimmt. Ja. Wir brauchen, wie man können. Wie du bist. Wie du bist. Ähm. Grüße gehen rauf. Mhm. Gut, gut. Das kennst du bestimmt wieder. Ein Loch. Meinst du? Mhm. Ein Stuhl. Ein... Nein, ein Tisch. Ah, ihr trinkt. Ich meine, du... Also, sagen wir mal so, du müsstest es eigentlich kennen. Natürlich. Weil du hast Kinder. Genau. Also gut, ich hab keine Kinder und gern's trotzdem. Aber... Ich glaub, ich war mal selber ein Kind. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber... Ich meine, Philipp nicht, der ist schon Erwachsene geboren. Logisch, ja. Mhm. Benjamin Button, wirst du, der wird... Der wird jünger. Ja, ein paar Jahre noch, dann darf ich kein Bier mehr trinken. Ja, siehste, siehste. Malst du da gerade dein PC? Nein. Das ist aber so eine Frage. Ich meine, das würde einiges erklären. Das ist Blindenkraft. Ach so. Ach so funktioniert noch der PC. Dorka! Ist das fiesig. So schön. Ähm. Viel gewinnt? Nein. Äh. Allgemein, Mensch, Leute. Es ist doch hier kurz. Es ist eigentlich doch viel gewinnt. Das ist Mo Mo Quatsch. Nein. Allgemein. Hab ich doch gesagt. Mo Mo mit P. Nee, das muss Uno sein. Das ist kurz, ha? Nee. Knüffel? Nee. Vielleicht eins davon. Skat. Das. Ach, Spiel. Aber wie ziggi sie wird, ne? Was? Aber so wie sie nicht dran ist, weißt du, hängt sie an ihr Handy. Das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht wahr. Guck mal, wie rot sie wird. Jetzt können es alle sehen. Gemein. Ich weiß nicht. Was rot ist. Ähm. Noch nicht. Ist das ein Bügeleisen? Könnte sein, ne? Fast, ja. Aber dafür ist es zu kurz. So ähnlich. Wenn es voll ist, ja. Okay, okay. Na. Willst du mir helfen, bitte? Hallo. Ich brauch ein paar Punkte. Du, ja, klar. Ja, dann guck doch nicht die ganze Zeit auf dein Handy. Der macht es gar nicht. Ja, das mach ich jetzt schon seit zwei Sekunden nicht mehr. Du nicht. Achso, ich bin ja dran. Komm, jetzt, jetzt bin, oh. Verdammt. Ich war zu. Ja, gut. Okay. Was leichtes für Judith. Und doch richtig hässlich gemalt. Guck mal. Super einfach. Siehste. Das sind deine Punkte. Zufrieden? Ja, toll. Reicht trotzdem nicht. Nein. Ja, dann hättest du mal. Wie reicht trotzdem noch nicht? Du weißt doch, der Herr, nee. Es ist doch noch alle drin. Das kann ich nicht mal. Ich hasse das. Eine Fünf. Ja, schon wieder ein Reifen, ja. Hm. So. Okay. Aufpassen. Mhm. Und. Der sieht kacke aus. Stimmt. Der wird schon wieder ganz schön holtbar mit diesen Reifen. Hä? Nee. Ach so. Ähm. Ich? Oder habe ich mich verschrieben? Oh Gott. Ach. Ich habe mich tatsächlich verschrieben. Ich war noch so unsicher. Wisst ihr, das kommt davon, wenn ich halt, ähm, das Wort halt schreibe und dann so versuche nachzuzählen, ob das mit den Buchstaben entkommt. Dann kommt sowas wie Scheibenschischer raus. Ähm. Ähm. Oh. Oh. Oh, Rosa Wolken. Ja, so ungefähr. Am Stil. Passt. Passt. Ach so. Ähm. So. Ähm. Wow. Ähm. Oh Gott. Ich versuche mal das, was tut uns immer so. Mhm. 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 Ja, weil ich mein Stift genommen habe. Ach so toll. Oh. 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 Gut, mein. Die will jetzt nicht ganz so. Und mal so. Also. Was ist denn das? Eine Armkatze? Aber das kann man als Katze erkennen. Das ist immer gut. Ah, ach, Mensch, natürlich. Nein. Oh Gott. Hör doch auf. Nur weil ich Karatea geschrieben habe. Oh. Es ist das Bild entscheidend, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ähm. Ich hatte irgendwas mit Dextro über irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Dextrose? Nee, ein bisschen länger war es schon. Mal Trotextrotin oder irgendwie auch. Nee, auch noch länger. Ich kann dir gar nicht sagen, was das war. Ich konnte das nicht mal richtig leben. Ich kann das nicht leben. Ja, das kennst du. Guck mal, Judith. Yeah. Sehr schön. Die ganze Woche hat sie gewonnen. Wir dürfen leben. Danke. Glückwunsch. Danke. Das war nicht ehrlich. Doch, ich habe dich dabei angesehen. Oh. Vielen Dank. Ja, bitteschön. Gut. Alles gleich. Dann, ich hätte fast vergessen, abzumoderieren. Aber Judith hätte mich dann schon so in der Seite gestochen. Gut. Alles gleich. Dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020